Zwei, eins, ab! Gehen wir dann als nächstes gleich mal zu der Geburt, wenn die Kuh gekürt wird. Gleitgel gibt es bei der Alkohol, koste eine Flasche ein paar Euro. Nur zur Information. Wenn die Kuh gekürt wird, kriegt die Kuh natürlich einen Energietrink zum trinken. Sie kriegt eine Rennigungs-Tablette Metropol oder von Holomir entweder keine Produkte in Ordnung. Das ist eine Rennigungs-Tablette übers Maul eingeben, mit diesen Eingebern da. Sollte eine Kuh sein, die, was eine Zwilling oder Schwergeburt ist, oder die, was sie nicht putzt, gibt es zwei, drei Tage später, wenn ich Telepol mache. Das kann man auch wiederholen, drei Wochen später noch einmal. Die Kuh muss nach sechs Wochen wieder sauber sein. Metropol, nach jeder nach der Geburt, Telepol, Schwergeburt und sonstige Sachen. Das ist ganz wichtig einfach. Dann kriegt die Kuh sowieso eine Kationbühne. Kationphosphor. Calcium habe ich da. Gibt es von der Firma Fallmann, sehr gut momentan das Produkt, oder von Holomir Milcare. Gleichzeitig kriegt die Kuh bei mir ein Energie-Oli runter. Haben wir auch von verschiedenen Firmen. Haben wir von Fallmann oder auch von der Firma Fuchs. Lauter hochwertige Produkte kannst du dir jede Tabletten fünf Euro, eine nach der Geburt, drei Tage später noch einmal eine. Energie. 3